So, und willkommen zurück zu Science Row 4. Bertha knallt wieder die Leute ab hier. Kann's einfach nicht sein lassen. Ja, wir haben vom letzten Mal noch irgendwie ne Mission. Aha. Da rennen wir mal schnell hin. Neb ich auf Panzervandalismus. Hm, ich frag mich, was man da wohl machen soll. Ich hoffe nicht, dass dieses komische Katzenmausspiel hab ich gar keinen Bock drauf. Halt, warte, warte, warte. Ne, ich nehm jetzt noch nicht an. Panzervandalismus und Katze und Maus? Naja. Das komische Katzenmausspiel schon vergessen? Ja, aber wie kommst denn du von Panzervandalismus auf Katze und Maus? Jetzt können wir, jetzt können wir. Da hat der Drecksack auch noch so ne Datensammlung eingesammelt. Mhm. Na, was kommt denn jetzt? Ach, mit dem Panzer kaputt machen? Siehste, das ist doch schon mal ein bisschen lustiger hier. Ich glaube, das könnte schneller gehen. Oh ja. Äh, kannst du das Ding steuern, Alter? Ja. Ich nicht. Wieso kommst du nicht vorwärts? Ne, doch jetzt. Ich mach hier einfach mal einiges kaputt. Ich denke, das ist Ziel. Ich denke, das ist Ziel. Wie soll man hier ne Kombi machen? Wie soll man hier ne Kombi machen? Äh. Oh, Panzer. Au, au, au. Bam, 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 bam. Oh, wir haben gleich 300. Und? Monte. Ich finde gerade kaum Sachen zum kaputt machen, ey. Ich schon. 42 Kombo. 50 Kombo. 63 Kombo. Ah, hab ich auch gern. Oder zählt das für uns beide? Au, 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 au. Sack. Flugzeuge? Sind wir durch die Kombi irgendwie mehr Punkte oder was? Weiß ich nicht. Wo sind denn die Flugzeuge? Irgendwo steht hier, dass wir Flugzeuge sind, aber ich seh keins. Äh. So. Ne, ich seh auch keine. Ah. Oh, au. Ah, da oben. Bam, ich hab ihn, ich hab ihn. Ein Flugzeug. Entschuldigung, der hat ja viel gebracht, ey. Oh. Also sag jetzt schon mal, Flugzeuge sind useless. Oh, das war kein Gold, oder? Äh, kein Silber, meine ich. Nee, das war nicht was Silber. Nee, das war nicht was Silber. Oder doch? Das war ganz schön schlecht. Ja, äh. Oh, 5000 Punkte. Die hätten sonst noch mal. Schenken können. Shit, ey. Das passiert, wenn man nicht mehr bronzischhaft. Das hat dann gefailt, oder? Glaub ich schon. Also wir sind so schlecht. Ich glaub auch. So, noch ne Mission dazu, oder was? Oder was kommt jetzt? Ne, das war's. Und... Ja, das war's. Dafür haben wir ne neue gekriegt. Zicke Tabulator. Ähm. Mach aber bei Metz Abenteuer mit. Hui. Wollen wir das machen? Ja. Moment. Zwei Nebenaufgaben. So, och ne. Ach ne, der ist ja ganz in der Nähe. Warte mal, ist das jetzt hier bei Metz oder was? Ja. Ach, ach, ach. Ist das gleich da hinten? Boah, der hat so ne schwule Stimme, ey. Ja, da macht er schön Akku rein. Wollen wir den jetzt machen? Ja. was. Dann müssen wir das machen. Wir müssen den sauberen Käptanz-Armee an Minionen, ziehen ihn aus, dessen hässliche Menace sich sicher erscheint. Dann müssen wir ihn aufnehmen. Dann müssen wir ihn auf. плохes Konflikt. Wollen wir ihn auf Kürbchen? Ja, nice. Und jetzt? Weiß ich nicht. Ja, die drei counten. Mit einem 1-Arm-Bandit sind manchmal wirklich 1-Arm-Bandit. Die verletzten Schlotten im Stilbord? Superpowers mit Körpers nicht existieren, so... ... du kannst sie nicht nutzen. Die Simulation ist besser als Killer-Match. Okay, hier kommt Trouble. Hör auf, Mann. Du sagst, wir kämpfen eine Armee von Soldaten. Ach, hier unten. Zombies? Ach, lol. Oh, die zappeln da rum. Ich treffe gar nicht den Kopf, ey. Boah, die sind ja überall. Ich glaube, da werden SMG ganz angebracht. Ey, das ist hier eindeutig Black Ops 2-Zombie-Modus. Hör auf mit dem Kack, ey, ey. Oh, ne, ich brauche viel von SMG. Ne, ne Schütze. Ey, der frisst ja. Ey, der frisst ja. Hast du zufällig einen Plan, was wir machen sollen? Moment mal, könnt ihr die wieder auf... Nö, ne... Kein Ahnung, was hier mal gemacht? Ach, Mann. Oh, poor Son. Nightblade has a rich cosmology millehiss of the series. Wuuuh. Bam. dass wir hier sind irgendwie auf der Karte, irgendwie so rote Dinger so Vierecke keine Ahnung was das heißt ich glaub das heißt einfach nur, dass da Gegner sind keine Ahnung Au 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 das hat geschlagen ja warum fressen die ihre Kollegen? das fahrte ich auch, weiß nicht weiss ich nicht so war's das jetzt und jetzt kommt's von oben vielleicht kommen bestimmt mit welchen Elite-Viecher hier Checkpoint erreicht was kommt jetzt? Sehen sie lustig The bad news is the garden was not in the three count as we originally thought right so where is he? meet me outside the casino I'm on my way vor dem casino verlasse das casino ok Knausgang hier oh ich denke schon äh Nanu äh wer ist das? Nightblade nehm ich mal an ok Johnny Cain und du musst die Protagier ich hab so viel gehört du hast es in einem der Cardinal ist auf dem Weg aber ich habe guten Intelligenz für den Cardinals Final Destination er hat zwei Katana hinten ich will auch Katana aber nicht zu viel wir wollen nicht meinen Nemesis geben zu leicht ein Target oh oh fuck was ist das? verlasse das Katino ok Katino Casino steige in die Waffe oooh guck mal die Waffe an ja quatsch die Kache du fährst die Waffe Alter ziehen wir mich jetzt wieder raus hier? Ne blöd jetzt ach die ist jetzt aggro hä warum vent ihn äh die will mich noch nicht raus ziehen aah ha 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 zieh die mir erst mal raus die Fotze ja steck da wieder ein ja steck da wieder ein ja steck da wieder ein ne muss sie killen so jetzt aber weiter wie lange sie brauchen um einzuschneiden Also, wenn du jetzt hier keine ordentliche Fahrskill zeigst, ne? Gott, wie langsam ist er denn? Denkst du, oder? Oh, das hat ja... ...netro... Geil, macht er bei dir auch davon, dass so komische Handbewegungen... Ja... Er kann kein Motorrad fahren, ey... Oh, dazu ist er noch mega langsam! Kein Wunder, dass wir über den Gegenfahren... Guck dir mal das Auto an, wie das schon aussieht... Alter! Werde gezogen! Ja, fahr neben rein! Alter, halt da immer an! Warte mal, wir haben doch noch die Dings-Panzerfaust hier... So easy going, ja, bam! Und alle tot! Loll! Nach hinten bei uns! Du bist der Welt's größten Nightblade-Fan! Das ist das... Da dran hier, ey! Ach, jetzt steig ich hinten ein! Was ist denn da los? In YOLO! Hä, wo will er denn jetzt hin? Hahahaha! Ich weiß, er klappt das selber nicht! Hahahaha! Hahahaha! Er soll noch mal eine Ehrenrunde drehen hier, ey! Aber das Auto ist kaputt bis wir da sind, ey! Ja, das glaube ich auch! So kann man spielen, Mann! Es ist basiert auf einer Trainings-Simulation, die Arsha verabschiedet hat. Arsha hat eine Neu-Koll-Simulation. Ist das Auto bei dir auch gerade zu hochgeflogen? Ich weiß nicht, es geht nicht! Geräusch! Sie mag, die Gäste zu halten! Alter, kann er nicht mal schneller fahren? Der Humpel wie... Hahahaha! 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 Oh, oh! Oh mein Gott, yes! Oh! Oh mein Gott, yes! I had a wife, Sylvia, who was killed by a Vampire! It was this tragic moment, that started him on his path of Hunter! Hahahaha! Hahahaha! Es interessiert ihn einfach überhaupt nicht, dass ich ihn mit Vollspeed hinten reinfahre. Hahahaha! 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 Begleiter verbrachter Zeit! Entschuldigung, Nightblade! Ich dachte, wir mussten den Cardinal erst ausführen! Ich geniess deine Geschichte genug genug! Entschuldigung, Zidjak! Aber ich dachte, deine Endung könnte ein bisschen arbeiten. Was? Du kleiner Faner! Was? War das nicht? ...wann hast du einen echte Alien-Diktator, die über mein Expanded-Universe-Fiction... Matt, pass auf! Matt, pass auf! Matt, Miller... ...I... ... thought you were my ally... ...but I am! ...now... ...I find you're actually a pawn... ...of the darkness! ...und... 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 ...ne... ...wann was? Oh, jetzt, ja! Mann, gib ihm den Förder auf Haus ins Gesicht! Okay, genau! Und er hat sich schon gekreffen, oder was? Was macht der...? Au! Au, du bist voll in... ...mein Visier gelaufen! Das macht überhaupt keinen Schaden an ihn. Der ist ja noch fast voll. Ich frage dir deine Sanität, Matt. Ich will nicht mehr gegen dich kämpfen, Nightblade. Alter, der hat natürlich super Kräfte ey, leck mich doch. Ja, wenigstens hat er kein Schild. LOL, woher kommen die denn jetzt hin? Wo ist denn der? Ach da. Oh ja, Matt, genau. Schön nah mit der Pumpe dran, ey. Mitten ins Gesicht, man. Au, 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 au. Au, 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 au. Bam. Bam. Komm schon, bam. Hau. Lo! Alter, ich bin fast tot. Komm, komm, komm. Du meinst, was? Das ist was. Alter, die Typen gehen mir auf den Bank hier. Wie schnell die Waffe wälzt. Oh nö, müssen wir denn jetzt noch heimfahren oder was? Du fährst. Du meinst von Nightblade? Es ist eine Waffe, Max. Die Kreaturen der Nacht müssen sich verletzt werden. Nicht das, französische Nacht, in fein. Also, du verstehst doch. Und jetzt? Oh. Oh, leider haben wir kein Auto. Ach, jetzt hat er sich verwandelt oder was? Die Titels, Licensee und mögliche Merchandiseklaims für die Nightblade-Properität. Du, was? Kontingent. Auf jeden Fall. Der Tötet einfach mal Leute. Er nutzt ja hier voll seine Superkräfte aus. Ich glaub, da brauchen wir ein bisschen Schläge hier. Bam, bam! Oha, oha. 2.000. Level 14. Kann man sich auch auf die Straße stellen und betteln, ey. Bringt ja mehr. Super Begleiter. Warten auf Brandopfer, wie immer. Hallo. So, jetzt haben wir auf einmal wieder Superkräfte. Ja. 14 Meter. Wie viel? 14. Ich glaub, man irgendwas Kleines, oder? Ja, nö. Für mich. Weiß ich nicht. Musst du wissen. Naja, ich kann ja in der Zeit noch die blauen Dinge einsammeln. Ich muss diesen Speicher ja nicht verwalten hier. In der Zeit können wir ja die blauen Dinge einsammeln. Da haben wir für die nächste Folge mehr. Zack. Dann hab ich grad überhaupt keinen Überblick, wo die Fische überhaupt sind. Die blauen Dinge. Ja. Ich werd mal denken, wir dürften auch mal bald alle eingesammelt haben. Nee, das... Ich glaub, hier gibt's mir jetzt genug. Haha. Ah, nein, nein, nein. Weil ich denke mal, wir kriegen ja auch noch ein bisschen... Kräfte, ne? Ja. Ja. Die Panda, das war dich. Hä? Ich kann mir das auch holen? Nee, kann ich das jetzt holen, oder nicht? Nee. Hast du's geglaubt? Hm? Ich hab's genossen. Du Sau. So, dann hier rüber. Ach, ich hörte meine Ausdauer was leer. Jetzt hol' ich mit dem Rest hier. So, Typ, Typ. Na, so. Geht doch. Siehst du auch das komische Katzen-Symbol da? Katzen-Symbol? Ja. Auf der Karte. Ach, das hier wieder so was Genki-mäßig ist, oder was? Keine Ahnung. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ach so, ich steh direkt davor. Was ist denn das? Hm. 16 minuten wo bist du jetzt bin ich bei dir gleich auf menschen wieder ganz auch nicht gesammelt hier 66 wie hast du hatte glaube ich 50 oder so jetzt bist du vorbeigeflucht wo bist du denn da drüben hängt noch eins das hole ich mir genau hier oben machen wir schluss jetzt warten wir noch auf brandy der gerade hier irgendwo rumhüpft hier so dann bis zum nächsten mal